Es ist eine Weile, seit wir uns das letzte Mal bekämpft haben. Ich werde... Ich freue mich, diese Maschine an euch testen zu können. Ich nehme schon wieder meine Maus an die Hand. Okay. Okay. Ich darf nicht so nah an dem dran stehen, ne? Okay, also wir müssen jetzt das erste Mal ja nutzen. Ach shit, ich habe dann gar keinen Speicherstand da, ne? Ich hätte das vorher speichern sollen. Ich werde euch... ...leiden lassen. Ah, das war nicht gut. Okay, also nochmal laden. Ich hätte halt speichern sollen, bevor ich komplett schon angeschlagen war. Das war nicht so schlau von mir. Aber wir sollten es trotzdem irgendwie schaffen können, da bin ich mir sicher. Aber Bosskampf heißt natürlich sehr, sehr viel laden und das Ganze zu schaffen. Zumindest in dieser Kampagne heißt es das, definitiv. Oh. 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 Hä, das wird nicht so ohne. Ich könnte uns tarnen, tatsächlich. Bist du Detektor? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich könnte immer ein paar Leute tarnen. Vielleicht wäre das gar nicht schlecht. Ich muss halt mich jetzt hier mit den Fähigkeiten auf jeden Fall auseinandersetzen. So viel ist klar. Ich bin noch nicht so richtig in der Lage. Nee, das war der falsche Knopf. Jetzt geht er mal drauf. Oh, nicht da stehen bleiben! Es ist immer einfacher, sogar eine Einheit zu steuern, würde ich mal sagen, als diese drei aktuell. Aber das kann auch ein paar Versuche dauern. Das glaube ich. Definitiv. Aber es wird sich auszahlen, da bin ich mir sicher. Denn Morag muss sterben. Schade, dass man das genügend ist und ich das sieht. Gucken wir mal auf 7500 so um den Dreh. Ich muss das mit diesem Kabel noch ein bisschen besser lösen. Fürs Mikrofon. Das können nämlich hier gerade Probleme machen. Das wird haarig. Das wird richtig haarig. Das wird ja noch ein bisschen besser passieren. Wenn sie lamentieren, sind sie bei mir. Wenn sie mitleisen. Können sie mitleisen? Nein, jetzt ist er da durchgerannt Warum bist du denn da durchgerannt? Ich glaube, das kann ich auch nicht mehr retten, tatsächlich Ich habe einen Tick zu spät gespeichert Aber die Taktik an sich ist nicht schlecht, die wir hier gerade eingesetzt haben Oh Oh, nicht gut In der Zwischenphase gelandet Ich glaube, wir freuen, die mit euch Bekanntschaft machen wollen In der Tat müssen wir ihn schnell ausschalten Boah, ich brauche zwischendurch einfach mal Heilung, wenn ich das schaffen würde, das wäre gut Aber wir heilen uns, glaube ich, alle langsam, aber eben nur langsam Aber wir sind zu mal in die Zwischenphase gekommen, das ist ja schon mal was Sie werden von unseren Sensoren erfasst Ich leite Ihnen schon viele taktische Informationen wie möglich weiter Oh shit, ich habe keine Fähigkeit mehr Nein Nein Und wo schießen die denn? Haben wir da eine unsichtbare Einheit von oben oder was? Aber das lässt sich machen Auf jeden Fall, weil wir haben ja neue Energie Und damit muss es irgendwie wirklich sein So Ich habe den nochmal eben kurz blitzen Oh nein Ich muss mehr mit Steuerungsgruppen, glaube ich, auch arbeiten Das tue ich nämlich aktuell überhaupt nicht Aber ich weiß auch immer nicht, wer wer ist Also wahrscheinlich bringt das auch nichts, wenn ich das mache Jetzt hat er mich da reingedrückt Jetzt rennen Und das war schön Das war jetzt eine gute Kombo insgesamt Sie werden von unseren Sensoren erhoben Ihre Siege sind uns wohl gekauft Jeder Alles ist möglich In der Final Act Du hast die Kombo Du hast meine Gratitude Es ist Was ist dein Status? Damit werden sie wohl oder gut gerecht haben Ich habe ein Geschick Oh Okay So Er heilt sich wieder ein bisschen Das ist leider so Aber wir können uns gleich auch heilen Wo kommen sie diesmal? Das war gar nicht so stark, wie ich das gerade gemacht habe Warum kommst du jetzt ohne, dass ich mich heilen darf? Warum durfte ich mich denn jetzt nicht heilen? Sie werden von unseren Sensoren erhoben Oh Das ist ja unfair, dass er sich heilen ruft und ich mich nicht Ich hätte da so drauf gehofft Moment Ach man darf da nicht runter Da ist doch ein gelber Punkt Da ist ein gelber Punkt Ob das wohl doch Heilung ist, an die ich irgendwie nicht rankomme aus irgendeinem Grund Ist das irgendwie verbuggt gerade? Kann das sein, dass der letzte das irgendwie fallen gelassen hat Und dann war er hinter der Wand und deshalb kriege ich es nicht? Was ist dein Status? Was ist dein Status? Oh Oh Vielleicht war der letzte Speicherschrank nicht so geil Vielleicht war der letzte Speicherschrank nicht so geil Das ist der gar nicht, das ist nicht der Typ, den ich denke, dass er ist immer Deshalb, dass ich das auch schon viel früher einsetzen kann Nein Oh shit Aber es ist zwar nicht so schlecht, also wir hätten, äh Wir haben da Chancen mit dem letzten Speicher starten Ich muss jetzt nur noch durchziehen Das ist leichter gesagt als getan Aber es ist machbar Oh, ich darf mich nicht einsetzen Ich habe keine Heilung gerade Was ist dein Status? Oh Ich habe keine Heilung mehr Oh, da hab ich dich aufgehoben. Döde, das ist wie ich. Jetzt hat er noch eine neue Phase, oder was? What? Und das ohne Heilung zwischendurch? Kriegt er jetzt noch eine neue Phase? Ich war so glücklich. Ohne Heilung kriegt er jetzt noch eine neue Phase. How? Oh, warum kriegt man denn keine Heilung, wenn die eine Phase vorbei ist? Das ist sehr lächerlich. Nein, lauf doch weg! Warum läufst du denn nicht weg? Was ist da rum denn? Hat doch vorhin geklappt. Was ist da rum denn? Hat doch vorhin geklappt. Okay, aber ich verstehe seine Phase jetzt wenigstens. Ich muss direkt alle wegschicken. Okay. Okay. Und er heilt sich auch noch. Achso, okay. Jetzt ist aber wieder eine Repair-Farbe. Ich verstehe. Hä? Ist er unsichtbar? Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn? Nein. Nein. Oh Beefs ist das große Problem hier gerade. Aber ihr habt gesehen, wir haben gerade zweimal die Heilung aufgesammelt. Also das eine ist noch von der anderen Phase, wo wir sie nicht bekommen hatten, weil sie hinterm Tor tatsächlich verschwunden war. Und dann die da. Vielleicht hätten wir die zweite noch lassen sollen. Ja, wir hätten die zweite noch da lassen sollen. Ach man, ich war nicht schnell genug. Ich hätte ein bisschen schneller sein müssen, dann hätte ich es geschafft. Also wichtig ist, dass wir Reeves jetzt immer unsichtbar machen. Und mit, äh, natürlich Maurek aufdecken, ist klar. Oh. 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 Ich darf immer nicht so nah bei dem stehen bleiben. Sie werden von unseren Sinsoren erfasst. Töte, das Ding. Ihr schafft das. Nein, ich habe daneben getroffen. Scheiße. Wenn ich das getroffen hätte, hätten wir gewonnen. Scheiße. Es war so knapp, es war so knapp. Oh nein, das darf mir nicht passieren. Genau das darf mir eben nicht passieren. Nein. Oh, ich treffe ihn auch nicht mehr. Ich bin zu dumm. Ich muss ihn einfach nur einmal treffen noch mit dem Detect-Ding. Dann haben wir es. Nein. Nein. 182, ernsthaft. Ich darf nur nicht so nah bei dem Dran stehen. Dann ist alles gut. Wir schaffen das gleich. Wenn er nicht nur eine dritte Phase hat und sein Kopf irgendwie noch alleine kämpft oder so. Aber das glaube ich nicht. Warum macht ihr denn das? Es ist so knapp. Es ist so knapp. Du hast meine Gratitude, Junge. Nur noch eine Sektion. Töte ihn. Nein. Warum hast du nicht geschossen? Ich weiß, warum er nicht geschossen hat, weil er wieder diese blöde Bounce sich weg und alles ist gestunt Fähigkeit genutzt hat. Nein. Ja. Warum steht er wieder? Wir haben ihn doch getötet. Achso. Ich soll jetzt nochmal episch den letzten Moment zusammenfassen. Oh. Nein. Fucking hell. Hör einfach auf zu kämpfen, Mauryx. Du struggelst hier wirklich stark. Ihr seid so ein dummes Volk. Dings. Warum? Was möchtet ihr hier tun? Denkt ihr, dass da bringt irgendwas? Projekt Annihilation wird mit einem neuen Anführer weitergeführt. Ihr verschwendet nur eure Zeit, mich zu töten. Nun, aber es wird auf jeden Fall befriedigend werden. Es. Es ist verbracht. Mauryx ist tot. Ja. Aber unsere Mission ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Ich denke, wir sollten zu Nettmark zurückkehren. Ja. Wir müssen dort auf jeden Fall noch was aufräumen. Da ist auf je... Was passiert da draußen? Hört sich an, als würden die Iduranen in Schwierigkeiten sein. Lass uns ihnen helfen. Informiert unsere Einheiten, was hier passiert ist. Wir sind, äh, auf Kopfgeldjagd. Und gehe, äh, mit Kontakt mit den Leuten auf Erion auf, äh, nur um sicher zu gehen, dass er zurückkehrt. Verstanden? Dass er zurückkehrt? Habe ich das gerade richtig gelesen? Kadouros, was ist los? Freunde! Wir sind umzingelt vom RSSI. Sie haben, äh, Freund Rick geortet und sind in die Fabrik eingedrungen. Ich sehe, sie, sie verlassen die Halle. Los. Out up. Wir, ähm, kümmern uns schon drum. Ah! Weg von mir, Idioten! Echt? Wir müssen uns beeilen. Los zu unseren Schiffen. Wo fangen wir an, Reefs? Sie können überall hinfliegen. Wenn unsere Invasion, äh, als unsere Invasion des Kirox-Komplex begann, äh, haben sie irgendwas an ihrem Anzug befestigt. Ich habe gehofft, äh, habe ich etwas an ihrem Anzug befestigt. Ich hatte gehofft, dass es null, äh, uns hilft. Keine Frage, dass ich sie nach Nett mag. Okay, dann los. Okay, das war der Sieg. Habe ich das gerade eigentlich richtig gelesen, dass die Hoffnung Maurek kehrt zurück? Oder habe ich mich da einfach schlichtweg verlesen? Ich hoffe, ihr schaut das an dieser Stelle nochmal selber nach. Ich werde das auf jeden Fall vor der nächsten Mission auch nachschauen. Ähm, nicht, dass ich mich hier zu sehr aus dem Fenster lehne. Aber vielleicht war es ja doch noch nicht das Ende von Maurek. Wir werden sehen. Ich hoffe schon. Ich möchte nicht nochmal gegen ihn kämpfen. Aber das war es auf jeden Fall jetzt erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr euch zur Folge klicken. Unten rechts ist das Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.